Wir wollen als CDU den Versuch unternehmen, in Hessen eine Regierung mit der SPD, mit den Sozialdemokraten zu bilden und zum ersten Mal seit 70 Jahren in einer christlich-sozialen Koalition zusammenarbeiten. Das erste Mal seit 70 Jahren gibt es in Hessen eine christlich-soziale Koalition und das Ziel für die jetzt vor uns liegenden Verhandlungen ist sehr klar. Wir wollen gemeinsam mit der Sozialdemokratie in Hessen ein christlich-soziales Programm schreiben, ein Programm, das Vernunft und Fortschritt miteinander verbindet. Wir haben uns diese Entscheidung alles andere als leicht gemacht. Das sind für uns anstrengende Wochen gewesen, sehr anstrengende Wochen gewesen. Nicht nur körperlich, sondern ich sage auch emotional und in der Frage des Abwägens und des Diskutierens miteinander.